Hallo liebe Goldsucher, heute werde ich Ihnen über Playbugs berichten, eine der vielversprechendsten und innovativsten Web 3.0 Plattformen auf dem Markt. Die Playbugs-Plattform kombiniert harmonisch E-Commerce, Blockchain-Technologien und virtuelle Gemeinschaften. Bereits in der Pre-Alpha-Phase schaffte es Playbugs mit seiner erstaunlich erfolgreichen NFT-Sammlung Early Bird zur Top-Plattform im B&B-Chain-Netzwerk zu werden. Und ihr revolutionärer Stamp-to-Earn-Service hat sich zu einem wirklich spektakulären Erfolg entwickelt. Es ist die führende NFT-Sammlung auf der riesigen OpenSea-Plattform geworden. Dies zeigt, dass Playbugs ein echter Pionier und Innovator auf dem Gebiet der NFT ist. Eines der wichtigsten Highlights der Plattform ist die Möglichkeit, einen vollständig personalisierten und einzigartigen virtuellen Raum im Meta-Universum zu schaffen. Jeder Nutzer erhält seinen eigenen, individuell gestaltbaren Raum, in dem er kommunizieren und Zeit mit Freunden verbringen kann. Und man kann absolut jedes Element seines Avatars, von der Mütze bis zu den Schuhen, bis ins kleinste Detail anpassen und jede kreative Idee verwirklichen. Der Selbsterstellung sind keine Grenzen gesetzt. Was die Tokenisierung betrifft, so verwendet Playbugs ein innovatives Modell mit zwei Token. Der sekundäre Token ist im Wesentlichen eine bedingte Währung im Spiel, die nicht außerhalb der Plattform abgehoben oder ausgegeben werden kann. Dies schützt die Nutzer, die das Meta-Universum als Spiel behandeln, sicher vor Wertschwankungen des primären Tokens und einer möglichen Inflation. Eine weitere erstaunlich coole Funktion ist das Create-to-Earn-Programm. Es öffnet Türen für talentierte Spielemacher aus der ganzen Welt und ermöglicht es ihnen, ihre eigenen Spiele innerhalb des Playbugs-Ökosystems zu erstellen und sie im Spielezentrum der Plattform zu hosten. Die Einnahmen aus diesen Spielen werden zu gleichen Teilen zwischen den Entwicklern und Playbugs selbst aufgeteilt. Einer der wichtigsten Trümpfe und Vorteile des Projekts sind wirklich groß angelegte Partnerschaften mit führenden Unternehmen aus der Welt des Web 2.0. Darunter sind solche Giganten wie die beliebten Geldbörsen Gcash und Maya, die Telekommunikationsbetreiber Indosat, Touch & Go, True Money Wallet und viele andere. Zusammen bedienen diese Unternehmen ein wahrhaft gigantisches Publikum von über 200 Millionen Nutzern. Aber das ist noch nicht alles. Playbugs hat auch Unterstützung durch ein Inkubationsprogramm von Binance selbst erhalten und eine Finanzierung von namhaften Investoren wie Tron, Anker, Certica und anderen in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Dollar. Im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Projekten hat Playbugs ein völlig anderes Paradigma. Zuerst werden echte Einnahmen generiert und dann werden Token verteilt. Durch den Shop-to-Earn-Service erhalten die Nutzer beispielsweise PBX-Token aus einem Cashback, das von der Plattform selbst aus ihren eigenen Einnahmen finanziert wird. Dies gewährleistet maximale Stabilität und Zuverlässigkeit des Tokens. Eine Vielzahl von X-to-Earn-Aktivitäten und Diensten wie der bereits erwähnte Shop-to-Earn sind bereits auf der Plattform verfügbar. Und in naher Zukunft werden wir in der Lage sein, innovative Spiele wie Conquer-to-Earn zu spielen. Ein strategischer Krieg, bei dem ganze teilnehmende Länder gegeneinander kämpfen und der erfolgreichste die meisten PBX-Tokens erhalten wird. Die systembildende Schlüsselrolle im Playbugs-Ökosystem wird dem PBX-Management-Token zugewiesen. Er kann durch die Teilnahme an verschiedenen Diensten auf der Plattform wie Shop-to-Earn oder Watch-to-Earn verdient werden. Verdiente PBX können dann ausgegeben werden, um alle Arten von Spielinhalten, Lotterielose und NFTs zu kaufen. PBX werden auch für die Teilnahme an exklusiven Nullsummen-Spielen mit einem ansteigenden Preispool verwendet. Darüber hinaus müssen die Nutzer innerhalb des Playbugs-Gaming-Clients PBX als Gasgebühren für Web 2.0-Transaktionen wie den Empfang von NFTs oder anderen Vermögenswerten bezahlen. Erfahren Sie mehr über alle Chips, Funktionen und Nuancen dieses vielversprechenden Projekts in den offiziellen Playbugs-Ressourcen. Studieren Sie die Informationen, treten Sie bei und machen Sie eine unglaubliche Reise in diese vielversprechende Kryptowelt gleich hier und jetzt. Alle Links warten in der Beschreibung auf Sie. Und was denken Sie über Playbugs? Schreiben Sie in den Kommentaren. Untertitelung des ZDF, 2020